Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und das ist ein Satz, den habe ich lange nicht mehr gesagt, denn ich war ja im Urlaub, bin jetzt halt auch ein bisschen früher zurückgekommen, weil ihr dachtet euch jetzt bestimmt, hä, wieso macht denn der jetzt ein Video, der hat doch gesagt, der ist im Urlaub, aber wir sind zurückgekommen, ein bisschen frühzeitig, Wetter war halt blöd und jetzt bin ich wieder hier und kann für euch Videos machen und ihr seht schon, Oster-Event habe ich jetzt schon gemacht, hier nicht viel gespielt, konnte ich auch überhaupt nicht, ich glaube einen Tag konnte ich spielen, sonst nicht und ja, hier habe ich ein Gold-Eye, ich habe keine Ahnung, so richtig dieses Gold-Ticket, ja, steht halt schon mit dem 100er-Plus-Spieler, aber ich weiß jetzt nicht ganz, wie das so richtig funktioniert und sonst, ich werde jetzt nochmal richtig Gas geben hier in meinen Videos, Road to 200 Abonnenten, wir schaffen das, Grüße gehen raus, Angela Merkel, die diesen Satz geprägt hat und das werden wir hier schon irgendwie noch schaffen, so, eher kann ich euch auch gleich noch sagen, dass ich kommenden Montag streamen werde, 17 Uhr, erster Stream nach Ostern wieder, da werden wir richtig viel das Oster-Event spielen, um dann nochmal ordentlich Schub zu kriegen, ich weiß gar nicht, wie lang geht denn das hier mit dem Bilderbuch Lamm noch, noch drei Tage, das muss ich dann halt nochmal spielen, das schaffe ich dann nicht mehr im Stream, dann ist es leider nicht mehr da, hier im Shop gibt es ja schon diesen neuen Packs, aber die mag ich jetzt nicht so, weil es halt alles Pay to win ist, viel, was anderes möchte ich hier nämlich noch gucken, hier Liga Boost Bundle, da kann ich hier mir nochmal zwei davon kaufen, vielleicht kann ich dann auch was in meinem Team verbessern, so, jetzt let's und let's und jetzt haben wir hier hoffentlich unsere Boosts ja, puh, funktioniert, können wir gleich noch einmal das uns holen und danach mal nachsehen, ob es was geändert hat in unserem Team und wenn ja, vielleicht kommen wir auf 101 das wäre ja richtig nice so, gut, dann können wir jetzt gucken was lädt hier so lang ja, ein Skillboost können wir verbessern das ist sehr, sehr gut Physis Einspieler, Matsumis und dann habe ich ihn auf 102er Bewertung da bin ich jetzt mal gespannt hat das jetzt was geändert an meinem Gesamt-Gas-Wert und ne, hat's nicht hat's nicht ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich aber da wird's wohl beim nächsten Mal hoffentlich funktionieren so, also hier sind wir nochmal beim Oster-Event da hab ich ja noch ein ganz paar Eier rumliegen da muss ich noch die ganzen Spiele machen jetzt kann ich auch nicht spielen, weil ich hier unten die ganzen Eier drin hab ist jetzt nicht so ganz das, was ich haben wollte aber Bilderbuch-Lamm kann ich dann halt noch spielen kommen wir dann nochmal hier zum, wie hieß es, das Event ja hier zum Champions League Event das konnte ich ja auch nicht spielen ähm, ich denke ich gehe da dann oft wieder rein ich werde ab jetzt meine Punkte auch sparen ich glaube, ich weiß nicht, ob gibt's das noch wie, wie lange gibt's das noch? ähm, fünf Tage noch okay also jetzt nicht so lang und ja, da werde ich einfach meine Punkte dann noch sparen vielleicht kriege ich dann noch was Gutes uiuiui zannetti, aber die kriege ich auf keinen Fall 10.000 Punkte, ne ich schaffe vielleicht 1.000, aber mehr auch nicht gut ja dann hätten wir jetzt hier eigentlich so die grundlegenden Dinge besprochen Ostern hatte ich noch bisher noch keinen Packlack oder so ja dann würde ich mal sagen das sollte jetzt eher hier nur so als kleines Comeback da sein ähm, vielleicht kommt noch ein Video am Wochenende ich weiß es nicht Tor der Woche lasse ich jetzt mal ausfallen, sorry ähm, aber äh, ich hatte, ich konnte halt nicht spielen und deshalb wird's diesmal kein Tor der Woche geben und ja dann würde ich mich mal verabschieden wenn's kein weiteres Video an diesem Wochenende hier geben wird dann werde ich sehen wir uns halt wieder am Montag beim Stream bis zum nächsten Mal und Tschüss Tschüss Tschüss